Tiere sind eine große Liebe von mir und damit meine ich nicht nur unsere süßen Hunde hier, Lotte zum Beispiel, Bulli schläft gerade, der mag nicht vor die Kamera kommen, damit meine ich alle Tiere, die mit uns gemeinsam hier auf der Erde leben und ich würde mich so sehr freuen, wenn wir alle uns daran erinnern würden, dass wirklich wichtig ist in diesem Zusammenleben, wirklich wichtig ist Mitgefühl, lasst uns doch wieder Mitgefühl zeigen, allen Tieren gegenüber, lasst uns unser Herz widersprechen, lasst uns wirklich zu wahrhaftigen Menschen werden, wahrhaftige, bewusste Menschen, das sollten wir alle wieder sein